Hallöchen, ich habe keine Ahnung, ob ihr das hören könnt, aber draußen regnet es und blästert es ohne Ende und es stürmt. Und ich bin aber zum Glück hier im Warmen und bin gerade dabei, am nächsten Video zu arbeiten. Und zwar im nächsten Tutorial zur Übersetzung von Dwarf Fortress. Da waren so viele daran interessiert, dass ich dachte, ich komme jetzt genau dieser Sache mal nach. Und ja, ich werde noch ein kleines bisschen dafür brauchen. Das heißt, ich werde euch das jetzt wohl nicht morgen schon direkt unter den Weihnachtsbaum legen können. Dafür brauche ich noch ein kleines bisschen. Aber so irre viel Arbeit wird es auch nicht sein, sodass es wieder wochenlang eventuell dauert. Ich wollte aber auch noch verlauten lassen, dass wir gerade die 300 Abonnentenmarke geknackt haben. Und ich freue mich wirklich irrsinnig darüber. Das ist echt super. Besonders, weil es in den letzten Tagen noch so viele Leute dazugekommen sind und ich so viel Feedback zu den Videos bekommen habe. Echt irre. Und ich hoffe, es geht so auch stetig weiter jetzt in nächster Zeit. Naja, wie gesagt, ich melde mich dann wieder, sobald es etwas Neues gibt von mir und genieße in der Zeit ein paar schöne, ruhige Festtage im Kreise der Familie. Und wenn das auch so schön ruhig ist wie bei mir, dann kommt hier vielleicht auch noch ein kleines bisschen zum Spielen. Also macht's gut und schöne Feiertage. Also macht's gut. Also macht's gut. Also macht's gut. Also macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020